Guten Morgen, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Guten Morgen Börse gemeinsam mit XDB heute am Montag, den 20. November 2023 und wir wollen uns natürlich einen Blick auf die Märkte gönnen und wollen uns die Frage stellen, was wird anstehen, was wird geschehen in den kommenden Tagen eventuell bzw. was ist vielleicht übers Wochenende gelaufen. Also wir werden erstmal, das kann ich schon mal vorweg, eine verkürzte Handelswoche sehen. Verkürzt nicht im Sinne von, wir werden keinen Handel zu sehen bekommen. Der DAX ist von heute bis auch dann Freitag einschließlich wie gewohnt handelbar, aber in den USA ist Thanksgiving. Und ausgehend hiervon wird es einen verkürzten Handel geben, sowohl am Donnerstag, in den Futures ganz besonders, Equities sind komplett geschlossen, als auch dann am Freitag. Der DAX wird im Windstand logischerweise folgen und es ist dann relativ volatil. Das bedeutet also, die Hauptaction, wenn sie überhaupt stattfindet, wird stattfinden jetzt von Montag bis Mittwoch. Und das wiederum bedeutet, da gibt es dann entsprechende Schlüsselevents. Makro-Events sind gar nicht präsent. Also wir haben heute nachbörslich Zoom-Earnings, ganz besonders die Nvidia-Earnings morgen nachbörslich können interessant werden. Aber für den heutigen Handelstag, das könnte ein bisschen hakelig werden. Jetzt aber das große Aber. Es gibt ein Unternehmen, welches am Wochenende in den Schlagzeilen war, was aber eventuell der eine oder andere gar nicht so wirklich mitbekommen hat. Es ist nämlich Microsoft. Microsoft ist ja groß beteiligt an OpenAI, Querstrich ChatGPT und ChatGPT, diejenigen, die in den sozialen Medien unterwegs sind, vielleicht auch hier bei YouTube ein bisschen den einen oder anderen Kanal folgen, werden gesehen haben, die haben den CEO Seth Altman rausgeschmissen. Allerdings ohne das Wissen von Microsoft, den CEO Nadella, hat es infolgedessen zu einer Tierade hinter verschlossenen Türen angeblich veranlasst. Und die Turbulenzen, die nahmen immer weiter zu. Nämlich dann hieß es plötzlich, nachdem am Samstagmorgen es hieß, CEO Altman ist raus, hieß es dann plötzlich am Sonntagmorgen, CEO Altman ist der ehemalige CEO und jetzt noch der neue CEO. Man will ihn wieder zurückgewinnen. Jetzt allerdings hat sich herausgestellt, über Nacht, Altman wird nicht als CEO zurückkehren. So, lange Rede, kurzer Sinn. Unterm Strich bleibt, dass Microsoft eventuell infolgedessen eine Rücksetzer sehen könnte. Und durch die Größe von Microsoft könnte das auf dem breiten Markt durchschlagen. Also wir werden jetzt mal gleich ein bisschen versuchen, Sinn reinzubringen und das Ganze hier beleuchten, bevor wir aber anfangen, zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Und dann geht es in die Charts. Also Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet. Gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend tiefer nicht fehlenden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle immer bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lasse ein solches Erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lade sich dann auf xdb.com.de, kostet uns eine Demo herunter. Test den anderen Risikofrei, schau, ob der Handel mit diesem Produkt sich für einen eignet. Und sofern man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu öffnen. Diesbezüglich aller Informationen, vollständiger Risikoprofil, auf xdb.com.de. Darüber hinausgehend gebe ich gleich eine Telefonnummer des Berliner Büros, wenn ihr Fragen haben solltet zu xdb als Broker. Bevor ich euch die Kontaktdetails hier weiterleite, erst einmal der Blick auf eine persönliche Angelegenheit nehme. Ich bitte nichts in den folgenden Minuten hier meinerseits als Anlageempfehlung missverstehen. Es handelt sich um ein rein edukatives, rein informatives Event. Könnt ihr eure Fragen in der Kommentarfunktion stellen. Gerne, ich beantworte diese aber nochmal. Bitte nichts als Anlageempfehlung missverstehen. Die versprochenen Kontaktdetails, Telefonnummer und E-Mail-Adresse zu xdb als Broker, kurz bester CFD Brokersjahr 2023. Was dazu geführt hat, ausgezeichnet von Brokerwahl, da findet ihr die Gründe hier links einmal aufgelistet. Die xStation trägt wahrscheinlich einen ganz wesentlichen Teil, hat dazu beigetragen. Und dann wollen wir uns einen Blick auf Microsoft erstmal gönnen, die Aktie. Und wir wollen erstmal anfangen, wo stehen wir aktuell gerade und dann alles weitere da ausgehend von aufbauen. Also, wir haben einen sehr, sehr starken Lauf zu sehen bekommen, seit hier den Oktober-Tiefs oder September-Tiefs ins R. Doppelboden, der sich ausgebildet hat, dann mit einer starken Beschleunigung. Hier kamen die Earnings rein, da sah es erstmal danach aus, das war es jetzt. Da kamen ungefähr die 3,40 so als Widerstand. Und dann haben wir eine Pull-In gesehen im Rahmen der übergeordneten Marktkorrektur. Die der eine oder andere sicherlich sich noch erinnert, vor rund drei Wochen war es einiges an Turbulenzen in den Oktober Schluss hinein. Aber der Markt fing sich dann, hat einen Reversal eingeleitet. Der übergeordnete Markt, sei es der Nasdaq oder auch S&P beispielsweise, in dessen Windschatten dann der DAX folgte, hat eine Rallye gesehen, die uns jetzt knapp unter tatsächlich sogar die Jahreswurfs wieder geführt hat. Und eventuell wird sie getragen von der Rallye, die Microsoft hingelegt hat. Nämlich ein sehr, sehr starker Lauf hier auf der Oberseite mit der Überwindung der, ich glaube, 3,35 war es ungefähr. Der auf den Earnings Release geankerte volumengewichtete Durchschnittspreis, also der durchschnittlich seit den Earnings bezahlte Preis. Der verläuft jetzt roundabout ungefähr so um 3,50, 3,55 so in dieser Region ungefähr. Und ist ein potenzielles Ziel vielleicht für eine Korrektur, sollte sie auf den Weg gebracht werden, aus diesem überdehnenden Modus. Jetzt stellt sich aber die Frage natürlich im Gesamtumfeld, wir hatten ja von dem FOMO gesprochen, dass Portfolio Manager Geld ins Spiel bringen müssen und so weiter. Was sollte denn jetzt hier eine Korrekturbewegung in irgendeiner Form begünstigen? Und besonders mit Ausblick auf die verkürzte Handelswoche, Thanksgiving und dergleichen. So, und da kommt eben dann Sam Altman und der CEO von OpenAI ins Spiel, Querstrich von ChatGBT. Normalerweise hat man hier in der Nachrichtenfunktion in der X-Station eine tolle Übersicht mit allen News, rund um das, was die Märkte gerade bewegt. Aber da die News eben am Freitag nachbörslich kam und am Wochenende dann sich diese Entwicklungen hier hochschaukelten, findet man in diesem Zusammenhang hier aktuell keinerlei Informationen dazu. Das heißt also, wir müssen an der Stelle entweder unsere sozialen Medien bedienen oder, wie ich es jetzt ganz trivial gemacht habe, ich habe einfach mal bei Google eingegeben, Sam Altman. Das reicht schon völlig aus. Und dann sieht man auch schon so grob ungefähr das Umrissen, was dann stattgefunden hat. Also, beziehungsweise, Moment, da muss man anfangen. Hier, ChatGBT, Erfinder von OpenAI, der ist überraschend abgesetzt worden als CEO. Dann, 22 Stunden später, das war dann Samstagabend, Sonntagmorgen, hieß es auf einmal, OpenAI will Sam Altman offenbar wieder zurück. Und jetzt wird es aber doch nicht Sam Altman. Das ist jetzt die neueste News. Das war nämlich sagt, der frühere Twitch-Chef. Der wird laut Medien Nachfolger von Sam Altman. So, jetzt erstmal die Frage, warum, wieso, weshalb ist eine Personalie an der Stelle so wichtig? Nun, wir müssen uns mal vor Augen führen, dass das Thema des Jahres 2023 Künstliche Intelligenz war und Microsoft von Anfang an der Leader in diesem Bereich war, ausgehend einfach von dem Investment im Flagship, im Bereich Chatbots jedenfalls erstmal an dieser Stelle, ChatGBT, Querstrich OpenAI, und davon massiv profitiert hat. Wenn jetzt natürlich dann das Brain im Hintergrund das Schiff verlässt, aus welchen Gründen auch immer, das soll uns auch gar nicht interessieren, dann ist es so, dass das natürlich erstmal bedeutet, okay, da könnte irgendetwas im Argen liegen bei OpenAI. Vielleicht wird Microsoft sogar sein Investment überdenken, ausgehend von dieser personellen Entscheidung, wie auch immer geartet. Was noch dramatischer ist, und das ist das, was, da habe ich es dann noch dahingehend verfolgt, weitere Details kann ich an der Stelle nicht liefern. Und ich weiß, oder ich las zumindest, ich weiß, ist das falsche Wort, ich las, dass der Altman, wenn er abgesetzt würde, ein Großteil des Teams mit sich nimmt, also beziehungsweise die ebenfalls dann gehen. Dann hast du wiederum ein Problem mit OpenAI, denn dann überdenkst du erst recht dein Investment eventuell, beziehungsweise, selbst wenn du es nicht überdenkst und weiter investiert bleibst, hast du dennoch die Schwierigkeiten, dass die Brains, die bis dato hinter dem Produkt standen, eben nicht mehr da sind. Und das ist etwas, wo wir dann sagen, okay, jetzt haben wir eine Extension auf der Oberseite einer Microsoft-Waxer, das könnte eine Korrekturbewegung dann nach sich ziehen. Und von dem Hintergrund, also das wäre jetzt kein Crash oder dergleichen, nicht, was man das missversteht, aber zumindestens mal eine Rücksetzer, erstmal ein Gefilde, so 3,50, 3,55 scheint dann sehr, sehr wahrscheinlich. Also aus der Perspektive Microsoft auf jeden Fall interessant. Es ist eben auch für den übergeordneten Markt interessant, weil Microsoft ein Riesengewicht im Markt hat, logischerweise. Und folglich, selbst wenn ich hier für den Nasdaq oder beispielsweise auch den S&P jetzt in das Thanksgiving-Wochenende hinein, das Verlängerte, eine Korrektur auf höherem Niveau, äh, nee, keine Korrektur sehe, keine Korrektur sehe, sondern Konsolidierung sehe, ist das in der Lage vielleicht dann doch mal eine kleine Korrektur, wenigstens aus diesem etwas überdehnt anmutenden Modus auf den Weg zu bringen. Jetzt aber das große Aber. Während das noch ein Szenario war, was vor einer halben Stunde an dieser Stelle hier von mir gegenüber den XDB-Kunden im Live-Event kommuniziert wurde, hat sich in der Zwischenzeit etwas entwickelt, was ich gerade über Twitter gesehen habe. Geht einfach mal auf meinen Twitter-Feed, da habe ich das oben geretweetet, da habt ihr dieses Statement. Ich lese das jetzt mal ganz vor, vom CEO von Satya Nadella von Microsoft. Er schreibt, also ich übersetze das jetzt bereits hier mit dem Google Translator, wir bleiben unserer Partnerschaft mit OpenAI treu und haben Vertrauen in unsere Produkt-Roadmap, unsere Fähigkeit mit allem, was wir auf der Microsoft Ignite angekündigt haben, weiterhin Innovation voranzutreiben und unsere Kunden und Partner weiterhin zu unterstützen. Wir freuen uns darauf, Emmett Scheer und das neue Führungsteam von OpenAI kennenzulernen, also das scheint der Twitch-CEO zu sein, von dem ich gerade sprach, und mit ihm zusammenzuarbeiten. Und wir freuen uns sehr, die Nachricht mitteilen zu können, dass Sam Altman und Greg Brockman zusammen mit Kollegen zu Microsoft wechseln werden, um ein neues, fortgeschrittenes KI-Forschungsteam zu leiten. Wir freuen uns darauf, schnell zu handeln und ihnen die Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die sie für ihren Erfolg benötigen. Also, ich fasse das mal zusammen, Riesenerfolg für Microsoft, denn jetzt haben sie sogar als Microsoft-Mitarbeiter den ehemaligen OpenAI-CEO. Und das sehen wir zwar hier noch nicht in Microsoft, aber wir können mal kurz einen Blick werfen auf einen 5-Minuten-Chart hier im Nasdaq an dieser Stelle. Das ist die Satire in der Della News, die gerade gelaufen ist. Also, das heißt, während der übergeordnete Gedanke zwar immer noch gegeben ist, und es könnte eine Korrektur geben, sehen wir hier, das hätte heute durchaus turbulent werden können, aber durch diese Entwicklung jetzt ist natürlich im übertragenen Sinne Microsoft gerettet. Ich will nicht sagen, dass wir dennoch nicht vielleicht eine Korrektur sehen könnten, aber wir sollten jetzt an dieser Stelle im Hinblick auf das Formulieren einer Short-Phase in Microsoft, die ich denke, gerechtfertigt gewesen wäre, wären die Entwicklungen so gelaufen, ohne die entsprechende Lösung gerechtfertigt gewesen. Da wäre ich jetzt in diesem Zusammenhang vorsichtig. Mal gucken, ob wir solch eine Korrektur sehen. Ich denke, wir sind relativ weit gelaufen. Eine Korrektur in der Microsoft scheint durchaus im Bereich des Möglichen, aber nichtsdestotrotz seht eventuell nicht hier jetzt den großen Rutsch, allenfalls vielleicht im Rahmen einer breiten Marktkorrektur, und die auch sehr unwahrscheinlich ist, vielleicht mal ein Abbau dieses etwas über den Modus bis in Gefilde um die 3,50, sofern überhaupt stattfindet. Da könnten sich dann in der Microsoft-Aktie schon bald wieder Käufer finden. Und so, das ist ein kurzes Update. Also, seid in Bezug auf die Volatilität nicht allzu spektakulär positioniert und erwartet zu viel. Ich glaube, das ist sehr, sehr überstrieben im aktuellen Umfeld. Microsoft könnte interessant werden, sieht jetzt allerdings erstmal danach aus, als wenn Microsoft, wenn auch kurz vielleicht etwas volatiler, nicht zwangsläufig eine schiefere Korrektur dann auf der Unterseite sieht, also auch diesen überdehnten Modus hier mit der Zeit abträgt. Und soweit meinerseits. Alles Weitere dann morgen hier gemeinsam mit XTB zum Guten Morgen Börse. Happy Trading. Passt auf die Sops auf. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.